Ah, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Oh nein! Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich bin Vero und heute habe ich ein super 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 cooles Video bei euch. Denn heute drehe ich das Video 24 Stunden Anemilia angekettet. Hier sind wir angekettet. Es ist 14 Uhr. Wir starten hier gerade die 24 Stunden und dann bis zum nächsten Tag. Bis 14 Uhr. Ja, und ja, das ist mal wieder was ganz Neues. Ich glaube, das wird sehr spannend und ungemütlich. Es wird auf jeden Fall was Neues. Und ja, dann denke ich mal, ohne weiterhin... Wir haben schon schlecht angefangen. Emilia muss aufs Töpfchen. Und dann denke ich mal, ohne weiterhin zu reden, werden wir mal starten. Jetzt gehen wir auch einkaufen mit den Handschellen. Ich glaube, ja, das ist nochmal was ganz anderes. Ich gehe normalerweise nie so einkaufen. Aber es wird einfach sein. Ja, ich glaube nicht, dass es allzu kompliziert sein wird. Und ja, ich hoffe, dass wir auch nicht zu auffällig wirken. Okay, dann gehen wir. Hä? Wie? Ey, ich glaube, ich muss die Arme reinnehmen. Nein, so, ach sieh, ach sieh wieder. Das geht nicht. Hä? Wir müssen jetzt so bleiben, wie ungemütlich. Die ganze Zeit. Ach, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Leute, ich hätte das vielleicht ein bisschen mehr überdenken sollen. Hey, jetzt anschnallen. Aber wie soll ich mich mit meiner Hand anschneiden? Ich schnall dich an. Warte, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, jetzt musst du mir helfen. Wo soll ich meine Hand machen? Beweg dich ein bisschen. Oh, du musst ja noch die Hand hier unten halten. Hä? Okay, sorry, aber du musst dich einmal so bewegen. So, dann musst du dich so halten. Wie sollst du dich anschneiden? Ich bin doch angeschnallt, doch so. Oh je. Ich muss die Hand auch hier rein machen. Meine Hand. Das ist unmöglich. Wie soll ich mich anschneiden? Das ist doch nicht. Das muss ich auch so machen. Okay, dann fahren wir. Okay. Ich muss mich anschneiden. So, wir sind vom Einkaufen zurück und hier sind ein paar Sachen, die wir gekauft haben und die wollen wir auch erst mal probieren. So, das hier sieht ein bisschen komisch und anders aus. Das sind so Chips, chinesische Chips, die ich nicht kenne und Emilia wollte die schon lang her, aber wir konnten die nicht kaufen, weil wir die nicht gefunden haben. Aber ein bisschen komisch. Mal sehen. Die waren richtig, die waren richtig scharf. Die waren scharf und dann haben sie auch nicht geschmeckt. Also das hat mir jetzt nicht geschmeckt und es war scharf gleichzeitig. Also es war ein Kombi, das nicht gut war. Also ich muss echt lernen, nicht etwas Neues einfach so direkt so komplett zu beißen, so ganz groß. Also wir haben jetzt eine Idee. Okay, da das Setter so schön draußen ist, wollen wir jetzt mal angekettet mit den Inlinern fahren. Ich glaube, das wird ganz spannend, oder? Ja, wir würden immer noch fallen. Ich hoffe nicht. Okay, dann werden wir jetzt mal die Inline anziehen. Die Inline anziehen. Oder? Chips! Oder? Ja. Ulb, ich werde nochmal die Inline-euer tun. Schön... Willkommen noch rein? Kacheln rulers Rosen, zwei, Kacheln zumindest. Ah, das hat ganz schön wegetan. Okay, jetzt gehen wir in Linerfarben. Okay, das ist kompliziert. Ich habe Angst. Wir laufen vor. Okay, wir gehen da. Wir gehen da. Wir gehen da. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Also, bis jetzt war das Ganze sehr schwierig, denn wir mussten so im gleichen Rhythmus sein, so festhalten. Das ist noch schwieriger wie normal. Und ja, also es war ein sehr schwerer Weg. So, jetzt ist es auch Schlafenszeit und jetzt werden wir uns auch erst mal umziehen. Äh, wie werden wir uns umziehen? Weiß ich noch nicht. Weil, wenn ich das hier ausziehen möchte, dann muss ich ja hier so durch, aber... Oh nein, wir können uns nicht umziehen. Höchstens die Hosen. Nein, nur die Hosen. Okay. Okay, okay. Okay. Ich habe damit nicht gerechnet. Aber okay. Dann eben nur die Hosen. Dann sehen wir uns gleich. Also, und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Umziehen war... Schwierig. Ja, es war schwierig. Etwas schwierig. Aber wir sind jetzt angezogen. Also, zum Teil zur Hälfte. Und ja, jetzt werden wir uns erst mal hinlegen. Ich meine, du möchtest noch hier umfahren. Und wer soll jetzt deine Stadt machen? Oh. Du. Ja, wie ich alleine. Wir sind angekettet. Oh nein. Ist das immer noch was kompliziert? Okay, komm, wir gehen beide. Au, au. Warte, warte, warte. Ganz langsam. Despacito. Despacito. Wo ist das Benz? Da. Lasse. Ich weiß nicht. Anna. Ein. Auf. Oh. 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 war die ganze zeit in die luft es war ziemlich unbequem und außerdem das ding generell ist ungewöhnlich also ich konnte nicht gut schlafen und ich bin immer noch so müde du konntest du schlafen das war nicht gemütlich es ist zwei uhr mittags also 14 uhr und das heißt wir dürfen auch jetzt die handschellen abnehmen und das machen wir auch jetzt endlich endlich diese handschellen loswerden also es war richtig kompliziert gilt ja es hat auch wehgetan weil manchmal vielleicht so ein bisschen auseinander und dann haben die handschellen wehgetan also diese challenge ist jetzt vorbei endlich es war ganz schön schwer oder also für beide das mit dem inliner rausgehen das war wirklich das schlimmste es ging gar nicht hat bei dir funktioniert bei mir ja aber ich konnte halt nicht weil wir müssen ja so gleichzeitig und dann hat die media halt den fuß nach da und ja es war kompliziert das einfachste glaube ich war das einkaufen weil ja wir waren einfach an der hand und ja da ging es noch so vielleicht hat die ein oder andere person gemerkt dass sie ja angekettet waren und sich so gedacht okay was läuft da ab aber ich glaube es ging es war eine schwere challenge und dann ich bin ihr rechtshänder und wenn ich mit der rechten hand angekettet bin wird das ganze noch mal etwas komplizierter aber ja wir hoffen euch hat dieses video gefallen wir hoffen weil es war schwer und auch zu schlafen und ja abonniert diesen kanal um keine weiteren videos zu verpassen und außerdem ist es einfach und gratis und hier auf diesem kanal macht es sehr viel spaß und unterstützt dieses video mit einem like und dann sehen wir uns in einem weiteren video tschüss 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 Vielen Dank.